Herzlich Willkommen auf unserer Internetseite, Ihr Karosserie-Profi Kordeuter im Berg bei Ravensburg. Seit 1971 sind wir Partner für alle Arbeiten rund um Lackierung, Karosserie und Unfallinstanzsetzung Ihres Fahrzeuges bzw. Ihrer Fahrzeugflotte. In unserem nach modernsten Erkenntnissen ausgestatteten Karosserie- und Lackierfachbetrieb beschäftigen wir derzeit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ihr Fachwissen individuell auf ihre Wünsche eingehen können. Als Ausbildungsbetrieb für Karosserie- und Lackierspezialisten kümmern wir uns gerne auch um die Nachwuchsförderung. Wir sind auch ein Euro-Garant-Fachbetrieb. Schnell, unkompliziert, kompetent und mit viel handwerklichem Geschick erfolgt die Umsetzung Ihrer Wünsche. Wir verwenden selbstverständlich nur Original-Ersatzteile und jede Reparatur erfolgt nach Herstellervorgaben. Ärgern Sie sich also nicht zu sehr, auch starke Unfallschäden werden von unseren Karosserie-Fachleuten wieder repariert. Wir helfen Ihnen, versprochen. Ihr Karosserie-Profi Kordeuter im Berg bei Ravensburg.